So, herzlich willkommen zur dritten Session zum Linklayer. Heute geht es um ARQ-Protokolle, die im Wesentlichen Rückwärtsfehlerkorrektur und Flusskontrolle implementieren. Man bedient sich da den sogenannten Acknowledgements, also bestimmten Bestätigungsnachrichten, um beide Funktionen zu realisieren. Und wir werden heute lernen, wie das funktioniert. Wir werden auch mal so ein paar Protokolle durchspielen und unser eigenes kleines ARQ-Protokoll bauen, um zu verstehen, welche Besonderheiten man da beachten muss und wieso der Prozess der Protokollspezifikation im Wesentlichen funktioniert. Wir setzen voraus, dass wir einen Fehler erkennen können, aber nicht korrigieren können. Wir haben ja sowas wie eine CAC implementiert oder im Zweifelsfall auch eine andere Prüfsumme und können anhand derer erkennen, dass ein Paket fehlerhaft ist. Wir bewegen uns ja im Linklayer bereits auf Ebene der Pakete. Oder Frames, Frames als Sonderfall der Linklayer-Pakete und können daher paketweise prüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Der Prozess, noch mal nachzufragen, wenn ein Fehler aufgetreten ist, der wird ARQ genannt. Das steht für Automatic Repeat Request. Wie gesagt, das letzte Wort Request kürzt man hier mit dem Q ab. Fragen Sie mich nicht, warum? Das ist so eine Konvention. Und da ist ein Protokoll involviert. Das können Sie sich auch einfach überlegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier in der Vorlesung sitzen. Ich sage unverständliche Dinge. Oder es gibt Probleme mit der Verbindung. Und Sie fragen einfach noch mal nach. Sie können dafür das direkt über den Audiokanal, also über den Rückkanal machen oder auch einen Seitenkanal verwenden. Also in unserem Beispiel wäre so ein Seitenkanal der Chat. Und dann sagen Sie, Sprache ist unverständlich. Letzten Satz bitte noch mal wiederholen. Das wäre ein einfacher Q-Prozess. Da merken Sie, da ist so ein Protokoll, was wir da anwenden. Also ein Teil des Protokolls ist, dass ich auf den Chat schaue. Der nächste Teil des Protokolls ist, dass Sie mir sagen, welcher Teil vielleicht fehlt. Und dann können wir relativ effizient so einen Wiederholprozess starten, also eine Rückwärtsfehlerkorrektur machen. Sie können mir darüber auch sagen, bitte langsamer reden. Dann würden Sie auch eine Flusskontrolle machen. Dann würden Sie sagen, mein Eingangspuffer ist überfordert. Bitte ein bisschen runterbremsen, also bitte die Senderate ein bisschen runterbremsen. In unserem Beispiel jetzt Worte pro Minute oder Worte pro Sekunde. Und dann daran sehen Sie, dass so eine Flusskontrolle und so eine Rückwärtsfehlerkorrektur ja eigentlich ganz geschickt gleichzeitig machbar sind. Ja, wo wird das gemacht, dieses ARQ? Also in Ethernet wird es nicht gemacht. In Ethernet werden fehlerhafte Frames mit einer CAC erkannt, wie Sie wissen. Aber die werden dann direkt verworfen. Und dann überlässt man den höheren Protokollschichten das zu tun. Also zum Beispiel TCP implementiert natürlich ein ARQ. Das kommt nachher auf Schicht 4. Wir werden auch im Detail besprechen. Aber es wird auch in bestimmten Link-Layern gemacht, das ARQ. Deswegen mache ich es jetzt auch hier. Zum Beispiel LTE macht es tatsächlich zweimal. Also es läuft auf einer etwas niedrigeren Schicht im Link-Layer, also sozusagen auf der Schicht 2.1 und auf der Schicht 2.2 läuft es nochmal in LTE, weil da einfach im Mobilfunk so viele Fehler passieren, dass da einfach diese Rückwärtsfehlerkorrektur sehr notwendig ist und auch mit hohem Aufwand betrieben werden muss. Also das ist tatsächlich eine Link-Layer-Funktion, erstmal klassisch, die aber auch in höheren Schichten gemacht wird. Das haben wir ja oft im Telekommunikationsprotokollstapel, dass Funktionen doppelt implementiert sind. Denken Sie mal nur an die Adressierung. Sie haben ja Schicht 2-Adressen, also die MAC-Adressen. Sie haben aber noch Schicht 3-Adressen, also zum Beispiel IP-Adressen. Und dann haben Sie ja auch noch Schicht 4-Adressen. Das wären zum Beispiel die Portnummern, woran Sie erkennen, welcher Prozess jetzt eigentlich welche Daten bekommt. Also Sie haben so Adressierungen ja auf mehreren Schichten auch implementiert. Das ist ganz normal. Also das heißt jetzt nicht, wenn es in einer Schicht gemacht wird, dass es dann in anderen Schichten nicht mehr gemacht werden muss. Gut. Und ALQ-Protokolle ja wiederholen Pakete oder Teile davon. Und das machen die auf Basis von Verwaltungspaketen oder von Verwaltungsinformationen. Und zum Beispiel auf Basis von Acknowledgements. Man kürzt das dann mit ACK ab. Oder vom Gegenteil eines Acknowledgements, vom Negative Acknowledgements. Also das wäre dann ein NAC. Also ein NAC würden Sie mir zum Beispiel schreiben, wenn Sie was nicht verstehen. Einen ACK würden Sie mir schreiben, wenn Sie etwas verstehen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie man so ein Protokoll baut. Man kann zum Beispiel nur NACs verwenden. Also ich erwarte zum Beispiel in unserem kleinen Rückwärtsfehlerkorrekturprotokoll für diese Veranstaltung, erwarte ich jetzt, dass Sie mir zum Beispiel nur eine Rückmeldung geben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Das wäre auch so eine übliche Erwartung in so einem Chat. Dass Sie mir jetzt nicht jeden Satz künstlich bestätigen. Das wäre einfach sinnloser Overhead, wenn wir davon ausgehen können, dass in der Regel alles schon irgendwie rüberkommen wird. ACK wäre das Gegenteil. Dann würde ich eben erwarten, Sie schicken mir nach jedem Satz oder nach jedem Kapitel oder jeder Folie. Da kann man sich jetzt überlegen, auf welcher Basis man das tut. Würden Sie mir einen ACK schicken? Man kann natürlich auch beides kombinieren. Also Sie können zum Beispiel mir auch ein kumulatives ACK schicken und sagen, alles bis jetzt habe ich verstanden, aber Satz 47 nicht. Dann hätte ich so ein NAC und ACK kombiniert. Das nennt man dann auch Selective Acknowledgements. Diesen Teil kriegen wir beim TCP nochmal. TCP macht das zum Beispiel so. ACKs und NACKs können eigene Pakete sein, müssen aber nicht eigene Pakete sein. Das können auch einfach nur Flags in normalen Datenpaketen sein. Also eine Flag wäre im Prinzip ein Bit, was einfach auf 0 oder 1 gesetzt ist. Und wenn das zum Beispiel auf 1 gesetzt ist, dann würde das als ACK gewertet werden. Das macht auch TCP so. TCP hat ganz normale Datensegmente und dann gibt es eine ACK-Flag. Und wenn die gesetzt wird, dann gilt dieses Datenpaket, das Datensegment eben zusätzlich noch als ACK-Paket. Man muss natürlich nicht jedes Paket einzeln bestätigen. Mehrere Pakete können gleichzeitig gesendet werden, bevor überhaupt ein ACK oder ein NACK empfangen wird. Habe ich ja im Prinzip jetzt implizit auch schon gesagt. Wenn Sie mir jetzt nur jeden zweiten oder dritten Satz oder nur jeden Satz bestätigen, dann kann ich natürlich mehrere Wörter schicken. Man würde nicht nach jedem Wort oder jeder kleinsten Einheit einen ACK oder einen NACK erwarten. Gut, das sind so ein paar Designmöglichkeiten, die wir haben. Da müssen wir uns die Frage stellen, wie oft senden wir ACKs und NACs? Verwenden wir die beide oder nur einen Typ davon? Und das würde ich mit Ihnen jetzt gerne mal durchgehen, indem wir unser eigenes Alku-Protokoll designen. Fangen wir damit mal an. Und die Aufgabe ist jetzt im Wesentlichen, wir möchten Acknowledgements versenden, im Fall, dass das Paket korrekt empfangen wurde. Also wir verwenden jetzt keine NACs, wir verwenden ACKs, also Acknowledgements. Und wir gehen auch davon aus, dass der Sender so ein bisschen wartet momentan auf einen Acknowledgements. Und wenn das nicht rechtzeitig empfangen wird, gehen wir davon aus, dass der Sender das Paket neu wiederholt. Ja, das ist erstmal eine sehr einfache Annahme, die ja so im Kontext der Rückwärtsfehlerkorrektur ganz sinnvoll ist. Und wir werden dann auch sehen, wie wir das Konzept der Flusskontrolle umsetzen. Links ist der Zustandsautomat des Senders dargestellt. Das ist ein endlicher Zustandsautomat, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Die Notation ist wie folgt, Sie sehen hier das Ereignis, was zu einem Zustandsübergang führt. Das steht hier links vom Semikolon. Und Sie sehen rechts die Aktionen, die beim Zustandsübergang ausgeführt werden. Also hier ist das so ein Zustandsübergang in sich selbst, ja, da ist das jetzt nicht weiter interessant. Der Pfeil kann natürlich auch in einen anderen Zustand gehen. Und dann werden eben diese Aktionen hier ausgeführt, wenn vorher dieses Ereignis eingetreten ist. Spielen wir das mal durch. Also hier kommt von der höheren Protokollschicht, also zum Beispiel vom Network Layer, ein Paket P rein. Das ist das Ereignis. Dann setzen wir einen Timer, also drücken sozusagen auf unsere Stoppuhr. Und dann geben wir dieses Paket direkt an die niedrigere Schicht, also zum Beispiel an die physikalische Schicht weiter. Und verbleiben im Zustand warten. Wenn der Empfänger das jetzt reinkriegt, dieses Paket P, ja, das kann ja wie gesagt eine manipulierte Variante sein, aber wir gehen davon aus, dass die Fehlerprüfung hier schon passiert ist. Also das ist tatsächlich ein korrekter Empfang des Pakets P. Dann gibt er das direkt weiter an die höhere Schicht und schickt ein Acknowledgement. Ja, soweit ja erstmal logisch. Das ist wie der Empfänger reagieren würde, wenn er ein Paket korrekt empfängt. Wenn er das nicht bekommt, weil zum Beispiel die physikalische Schicht oder die untere Teil des Link Layers bereits das fehlhafte Paket P verworfen hat, würde er natürlich auch in diesem Beispiel kein Acknowledgement schicken. Kommt das Acknowledgement jetzt rein, das kommt natürlich auch wieder von der unteren Schicht, von der physikalischen Schicht rein, dann canceln wir unseren Timer. Also unsere Eieruhr sozusagen, die wir auf einen vordefinierten Wert gestellt haben, würde dann wieder zurückgedreht und die würde dann eben nicht triggern oder nicht klingeln und wir müssten dann nicht reagieren. Kommt in der vordefinierten Zeit allerdings kein Ack rein, klingelt die Eieruhr, kommt der Timeout als Event, als Ereignis und wir würden das Paket P nochmal schicken. Das sehen Sie hier, ich gebe es einfach nochmal an die untere Protokollschicht, also ans physical layer weiter und setze natürlich den Timer auch nochmal. Also der Teil hier wiederholt das Paket, also das implementiert die Wiederholung des Pakets im Falle eines fehlenden Acks. Ja, hier steht es auch nochmal, in der unteren Schicht gehen wir davon aus, dass die CAC bereits passiert ist. Vielleicht sogar eine Vorwärtsfehlerkorrektur über Kodierung, die dann in dem Fall eben funktioniert hat, wenn wir das Paket überhaupt rein kriegen. Ja, das soweit erstmal ein ganz einfaches Ack-Protokoll, also viel einfacher kann man es glaube ich nicht bauen. Aber das hat natürlich ein paar Probleme, die ich mit Ihnen jetzt gerne diskutieren würde. Vielleicht sind Ihnen auch schon ein paar aufgefallen. Überlegen Sie mal, was denn passiert, wenn die höhere Schicht, also in dem Fall zum Beispiel die Netzwerkschicht, einfach anfängt Pakete weiter zu senden. Also wir haben ja in dem Beispiel hier nur ein Paket P gehabt, aber der Automat wird natürlich genauso funktionieren, wenn wir 3, 4, 1000 davon bekommen. Was mache ich dann in dem Beispiel? Ja, in dem Beispiel würde das versagen, weil ich hier nämlich keinerlei Identifizierung der Pakete habe und einfach das nächste Paket nochmal schicken würde. Sie sehen das ja hier ran, ich gehe nochmal zurück. Ich habe jetzt hier ein Paket bekommen von der oberen Schicht, schicke das Paket direkt weg, kriege jetzt gleich noch eins und schicke das weg. Also Paket P1 und P2, wenn Sie so wollen. Und jetzt kriege ich ein Acknowledgement zurück vom Empfänger. Naja, und erkennen Sie das Problem? Auf welches Acknowledgement oder auf welches Paket bezieht sich mein Acknowledgement denn jetzt? Auf Paket 1 oder 2? Weiß ich nicht, ne? Oder auf beide? Weiß ich auch nicht. Ja, und das kann ich natürlich beliebig eskalieren. Stellen Sie sich vor, der Sender würde jetzt einfach mal einen Burst von 1000 Paketen an mich geben. Und ich weiß dann eben, habe dann keinen Bezug mehr zwischen Paketen und Acknowledgements. Und der Herr Kleinschmidt ergänzt noch, völlig korrekt, dass das auch mehrere Timer bedarf. Ich hier aber nur einen Timer eigentlich implementiere. Also ich weiß auch nicht, wie ich meinen Timer setzen sollte tatsächlich. Ja, also da müssen wir nochmal ran und dieses Protokoll nochmal überarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Ja, wir haben noch ein zweites Problem hier mit dem Protokoll. Überlegen Sie mal, was passiert, wenn das Acknowledgement weg ist. Ja, dann triggert der Timeout. Und ich wiederhole das Paket P einfach nochmal. Und plötzlich habe ich ein Duplikat. Am Empfänger, ein Teil meines Bitstroms, taucht dann plötzlich doppelt auf. Und ich erkenne das ja nicht. Ich markiere das ja nicht in einer besonderen Art und Weise. Also kreiere ich plötzlich Duplikate, einfach nur deshalb, weil Acknowledgements verloren gegangen sind. Acknowledgements sind ja auch noch Pakete. Die können genauso verloren gehen wie Datenpakete. Schauen wir uns mal eine Überarbeitung dieses Protokolls an, in der Hoffnung, dass wir da eines dieser beiden großen Probleme oder beide sogar vielleicht gelöst haben. Also lösen wir erstmal nur das erste Problem. Indem wir uns auf ein Paket konzentrieren und vermeiden, dass die höhere Protokollschicht dem Sender einfach zu viele Pakete gleichzeitig gibt und der gar keine Chance mehr hat, die Acknowledgements den gesendeten Paketen zuzuordnen. Und das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir einen zweiten Zustand beim Sender einführen. Wir haben jetzt zusätzlich noch diesen Zustand Process. Und das bedeutet einfach, wenn ich in dem Zustand bin, nehme ich keinere weiteren Pakete von oben an. Von oben heißt also zum Beispiel von der Netzwerkschicht. Das sehen Sie hier, wenn jetzt das Ereignis auftritt, dass mir die obere Schicht wieder ein Paket P geben will, dann sage ich einfach Busy. Also ich gebe eine Rückmeldung. Das sollte ich auch in einem guten Protokollstack natürlich tun. Da gibt es eine saubere Schnittstelle, die sagt dann einfach der Netzwerkschicht, nee, bin beschäftigt. Lass das mal in deinem eigenen Puffer. Und wenn der auch überläuft, dann gib bitte einfach mal dem User Space, also zum Beispiel der Anwendung zurück, dass die gerade das Netzwerk überlastet. Oder die Netzwerkschnittstelle überlastet. Aber ich gebe zumindest eine Rückmeldung und ich nehme keine weiteren Pakete mehr an. Ja, vorher habe ich das natürlich mal eins bekommen, ein Paket. Dann habe ich dann dasselbe gemacht wie vorhin. Ich habe das an die physikalische Schicht weitergegeben, habe den Timer gesetzt, bin dann eben in diesen sogenannten Process-Zustand gegangen, also wo ich nichts mehr weiter annehme. Und ich gehe erst wieder aus diesem Zustand raus in meinen Wartezustand. Und im Wartezustand nehme ich dann wieder Pakete von oben an, wenn ich ein Acknowledgement empfangen habe. Und damit weiß ich schon mal, dass wenn ich ein Acknowledgement empfange, muss das zu Paket P gehören. Und sende kein weiteres, bevor ich nicht das Acknowledgement empfangen habe. Ja, wenn ich das Empfangen habe, cancel ich natürlich den Timer. Ganz normal. Und bin im Zustand Warten, wo ich hier wieder von oben was annehme. Wenn ich kein Paket innerhalb meines festgelegten Timeouts bekomme, dann passiert dasselbe wie vorher auch. Ich wiederhole das Paket P. Und in dem Fall ist es natürlich garantiert, dass das dasselbe Paket P ist wie vorher, weil ich habe ja kein anderes mehr angenommen von der höheren Schicht. Und setze natürlich den Timer nochmal. Ja, das ist die einzige Änderung. Am Empfänger hat sich nichts geändert. Der reagiert genauso wie vorher. Wenn er von der physikalischen Schichten korrekt das Paket empfängt, gibt er das direkt weiter und schickt ein Acknowledgement raus. Gut, ist das problemfrei? Naja, was schon mal funktioniert, ist die Flusskontrolle. Ja, wir haben jetzt eine Flusskontrolle, weil wir so ein bisschen Gegendruck erzeugen. Am Link Layer, wir sagen da eine Netzwerkschicht. Nee, nee, ich kann jetzt nicht. Ich warte noch auf das Acknowledgement. Der Herr Hilchenbach hat natürlich absolut recht im Chat, dass das ineffizient ist, was hier passiert. Ja, also weil wir im Prinzip nur immer abwechselnd Axt und Pakete empfangen können. Und immer nur ein Paket gleichzeitig gesendet werden kann. Also es darf immer nur ein Paket ausstehen. Und stellen Sie sich mal vor, die Post würde so Einschreiben verschicken. Also das ist ja etwas Ähnliches, ein physikalisches Beispiel. Und die Post würde jetzt nur ein Einschreiben annehmen. Und erst wenn der Rückschein da ist, wieder das nächste Einschreiben. Das wäre ziemlich ineffizient, so vom Prozess her. Und Sie können natürlich mit einem Stapel von Einschreiben zur Post gehen und die einfach direkt abgeben dort. Und dann kriegt die Post das schon zugeordnet und ist auch in der Lage, mehrere Acknowledgements zurückzugeben. Und ich sage jetzt mal flapsig, wenn sogar die Post das schafft und auch in der physikalischen Welt das schafft, dann müssten wir das ja auch schaffen, da mehrere Pakete gleichzeitig auf die Leitung zu packen oder zumindest mehrere unbestätigte Pakete zu akzeptieren. Aber gut, so ist es nun mal. Also wir haben jetzt dieses ineffiziente Protokoll einfach mal spaßenshalber aus Erklärungsgründen implementiert. Und schauen wir uns mal an, ob es denn überhaupt erst mal funktioniert. Das ist übrigens, wie Sie auch immer denken sollten. Also zuerst, bevor Sie überhaupt an Effizienz denken, erst mal an Funktionalität denken. Wenn was nicht funktioniert, müssen Sie sich über Effizienz keine Gedanken mehr machen. Also reden wir erst mal über Funktionalität. Und ja, also im Normalfall klappt das schon mal. Also im Normalfall ist hier, Paket geht raus, kommt beim Empfänger an, der schlägt den Akt zurück. Also das ist soweit erst mal okay. Und wie gesagt, der Teil ist zyklisch, der wiederholt sich dann hier eben. Wenn ein Paket verloren geht, das ist hier markiert im oberen Fall, ist das auch gewünschtes Verhalten, dass kein Acknowledgement zurückkommt. Und dann triggert der Timeout. Und dann wird das Paket nochmal geschickt. Hier auch, wie gesagt, an die höhere Schicht gegeben und ein Akt zurückgeschickt. Also soweit funktioniert das, würde ich sagen. Also die Flusskontrolle funktioniert und im Normalfall funktioniert auch die Rückwärtsfehlerkorrektur. Und hier wird ja auch die Paketordnung nicht manipuliert. Dadurch, dass immer nur ein Paket gleichzeitig auf der Leitung ist, kriegen Sie ja auch keine Umsortierung der Pakete, zum Beispiel durch Fehler. So, was passiert denn jetzt aber, wenn Acknowledgements verloren gehen? Ja, der Fall ist hier dargestellt. Ja, das Paket wird gesendet. Das wird ordnungsgemäß nach oben weitergegeben an die höhere Schicht. Die antwortet auch noch ordnungsgemäß, antwortet hier das Linklehrer mit dem Ack. Das Ack geht aber verloren. Ja, und was passiert? Nach Speck, ganz einfach, der Timeout triggert irgendwann. Und wir wiederholen das Paket. Der Sender weiß ja nicht, ob das Paket oder das Ack verloren gegangen ist. Der weiß ja nur, dass kein Ack für dieses Paket angekommen ist. Also sendet er das Paket nochmal. Das wird weitergegeben an die höhere Schicht. Und das Ack wird ordnungsgemäß zurückgeschickt. Und hier ist das Problem natürlich aufgeschrieben. Sie sehen es auch. Plötzlich habe ich eine Verdopplung von Paketen. Ja, also Sie haben, ein Teil des Bitstroms ist dupliziert. Und damit müssen Sie umgehen. Also das müssen Sie entweder markieren oder erkennen. Oder wenn Sie das nicht tun, wie hier in dem Beispiel angenommen wird, haben Sie natürlich trotzdem einen korrupten Datenstrom. Ja, und das, obwohl eigentlich die Datenübertragung komplett funktioniert hat. Ja, also das müssen wir fixen. Wie fixen wir es? Wenn Sie eine Idee haben, können Sie das ja in den Chat schon mal schreiben. Bevor wir das fixen, würde ich erst mal das Problem noch ein bisschen analysieren. Also der Sender, das Problem hier ist, dass der Sender nicht zwischen einem verlorenen Paket und einem verlorenen Acknowledgement unterscheiden kann. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als das Paket noch mal zu senden. Der Empfänger kann hier nicht zwischen einem neuen Paket und einer redundanten Kopie eines alten Pakets unterscheiden. Ja, daher kann er das Duplikat auch nicht erkennen und gibt das direkt weiter. Ja, also brauchen wir zusätzliche Informationen. Und der Herr Butt hat auch schon mal im Chat geschrieben, ja, ein Header, genau. Ja, diese zusätzliche Information würden wir in einem Header angeben. Die Frage ist nur, was machen wir da genau? Also Header ist ja einfach nur eine Datenstruktur. Da kann ja irgendwas drinstehen. Die Frage, die spannendere Frage ist, was kommt da genau rein? Und hier steht es auch, schon als Lösung, wir machen da eine Sequenznummer rein, ja. Also wir fangen jetzt an, unsere Pakete zu indizieren, also denen Namen oder Nummern zu geben, um dem Empfänger zu sagen, welches Paket denn jetzt kommt oder welches Paket überhaupt erst mal da ist. Und dann vielleicht auch, welches Paket kommen soll. Also wir bauen uns so einen kleinen Index auf. Ja, das packen wir in den Header. Und ja, die einfachste Sequenznummer der Welt, die ist binär, ne, die ist einfach nur ein Bit. Und dann haben wir zwei mögliche Werte der Sequenznummer, und zwar 0 oder 1. Und das implementieren wir jetzt mal. Und diese Sequenznummer brauche ich natürlich sowohl im Datenpaket als auch im Acknowledgement. Ja, ich muss ja wissen, auf welche Sequenznummer, also auf welches Datenpaket sich ein Acknowledgement bezieht. Und daher muss das natürlich auch die entsprechende Sequenznummer tragen. Man kann jetzt wieder sich überlegen, was diese Sequenznummer genau bedeuten soll. Also das muss man festlegen in der Konvention. Üblich ist, dass man die Sequenznummer des letzten korrekt empfangenen Pakets zurückgibt. Also dass man einfach sagt, habe Paket 1 korrekt empfangen. Das ist dann die Bedeutung der Sequenznummer im Ack. Man kann das aber auch anders definieren. Man kann natürlich auch sagen, ich sende einfach die Sequenznummer des nächsten erwarteten Pakets zurück. Also dann würde ein Ack 1 bedeuten, ich erwarte als nächstes Paket 1. Ja, habe übrigens, bedeutet das implizit, ich habe Paket 0 korrekt empfangen in diesem binären Sequenznummerraum. Das ist Konvention, da dann immer im Zweifelsfall nachfragen genau, was die Sequenznummer bedeutet. Ich werde es in Folge in den Beispielen dann natürlich jeweils definieren. Gut, bauen wir damit jetzt mal einen Protokollautomaten. Wir haben jetzt also Sequenznummern und zwar eine binäre Sequenznummer, also die die möglichen Werte 0 oder 1 hat. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir für jeden dieser möglichen Werte der Sequenznummer einen Ready- und einen Process-Zustand haben in unserem Sender-Zustandsautomaten. Ja, Sie sehen hier, das ist einfach nur dupliziert. Das, was wir vorher hatten, vorher hatten wir auch einen Ready- und einen Process-Zustand und das habe ich jetzt zweimal. Und zwar einmal für den Sequenznummernwert 0 und einmal für den Sequenznummernwert 1. Ich habe jetzt auch zwei Wartezustände am Empfänger. Einmal für den Sequenznummernwert 0 und einmal für den Sequenznummernwert 1. Weil es hängt ja jetzt vom Sequenznummernwert ab, welches Paket ich genau erwarte und welches Acknowledgement ich genau schicke. Und deswegen brauche ich hier einen Zustand pro Sequenznummernraum oder pro Sequenznummernwert. Gut, ansonsten ist das jetzt nicht groß anders als vorher. Wir können es aber auch mal gerne durchspielen. Also wir fangen einfach mal an. Wir gehen mal bei unserem Beispiel jetzt davon aus, dass wir uns initial in dem Zustand Ready 0 befinden. Wir haben ja noch kein Paket bekommen, also müssen wir uns im Zustand Ready befinden. Und ich definiere jetzt einfach mal, wir fangen hier an. So, dann kommt das Ereignis Paket von der höheren Schicht. Das kennen wir ja schon. Das gebe ich einfach an die tiefere Schicht weiter. Füge jetzt aber hier zum Beispiel im Header den Sequenznummernwert 0 hinzu. Das ist jetzt hier eine entscheidende Änderung, die wir gemacht haben im Protokollautomaten, die so klein unscheinbar aussieht, aber die tatsächlich einen großen Unterschied macht. Und setze natürlich meinen Timer. Gehe in den Zustand Process 0, indem ich jetzt einfach auf den Ack warte. Und während dieser Zeit, wie Sie ja vom vorigen Beispiel wissen, von der höheren Schicht erstmal nichts weiter annehme. Und wenn ich jetzt das Ack 0 bekomme, das ist der erwartete Fall, der Normalfall, wenn alles gut funktioniert, kriege ich ein Ack 0. Das Paket, was ich gerade versendet habe mit der Sequenznummer 0, wird bestätigt. Dann cancel ich den Timer und gehe in den Zustand Ready 1. Gehen wir mal die anderen Zustände hier, die anderen Übergänge im Prozess 0 Zustand durch. Wenn das nicht der Fall ist, triggert irgendwann mein Timeout und ich wiederhole das Paket natürlich auch mit der Sequenznummer 0. Und wenn ein Ack 1 reinkommt, also ein Acknowledgement mit einer falschen Sequenznummer, die würde ich ja hier nicht erwarten, ich habe ja ein Paket 0 geschickt und warte auch nur auf Bestätigung dieses Pakets, dann ignoriere ich das, dann tue ich einfach gar nichts. So, jetzt hat der Empfänger hier Paket 0 rausgeschickt. Was macht der Sender dann? Naja, der Sender befindet sich initial auch im Warte-Null-Zustand, einfach per Konvention in unserem Beispiel hier. Und wenn der natürlich ordnungsgemäß von der unteren Schicht ein korrektes Paket mit der erwarteten Sequenznummer 0 reinkriegt, dann gibt er das ordnungsgemäß empfangende Paket auch einfach an die höhere Schicht weiter und schickt ein Acknowledgement 0 raus. Das war der Fall hier, den wir auch hier erwartet haben. Also das ist dann genau, was zu diesem Übergang führt. Und wenn der von der unteren Schicht, das ist leider vertikal dargestellt aus Platzmangel, aber Sie können es hoffentlich lesen, wenn wir im Zustand Warte-Null sind beim Empfänger und wir bekommen ein Paket mit der Sequenznummer 1 von der physikalischen Schicht, dann schicken wir auch ein Acknowledgement 1 raus, weil wir haben es ja empfangen, geben es aber nicht weiter, weil wir würden es ja nicht erwarten. Ja, also das würde ja auch wieder genau zu diesem Duplikat führen. Wenn wir hier in dem Beispiel das Paket 1 weitergeben würden, dann würden wir ja sozusagen die Ordnung der Pakete verändern. Aber um zum Beispiel den Fall abzufangen, dass ein voriges Act 1 verloren gegangen ist, senden wir es hier gerne nochmal. Ja, aber wichtig hier, schauen Sie, das wird nicht hochgegeben, dieses Paket 1, weil wir warten ja nur auf ein Paket 0, also das ist das einzige Paket, was wir hier in dem Beispiel weitergeben. Gut, haben wir das gemacht, sind wir im Zustand Warte 1 und setzen sich da mal im Kopf einfach eine Marke. Wir sind hier im Zustand Warte 1 und ich bin jetzt hier natürlich im Sender im Zustand Ready 1 und würde wieder von der höheren Schicht Pakete entgegennehmen. Ja, die gibt uns also wieder ein Paket P, zum Beispiel das nächstfolgende. Das würden wir jetzt natürlich mit einer Sequenz Nummer 1 im Header versehen, wieder unseren Timer setzen und wenn wir ein Acknowledgement bekommen für dieses Paket 1, würden wir natürlich in den Zustand Ready 0 gehen und der Zyklus wäre geschlossen. Wir würden wieder Pakete von der höheren Schicht erwarten. Ansonsten machen wir eigentlich dasselbe, wie wir es vorher beim Prozess 0 Zustand gemacht haben, nur jetzt eben für die Sequenz Nummer 1. Das heißt, wenn ich in Act 0 reinkriege, also wenn das falsche oder das unerwartete Paket bestätigt wird, ja, ich warte ja auf ein Acknowledgement für Paket 1, Act 0 würde jetzt hier unerwartet sein, mache ich einfach nichts. Wenn mein Timeout triggert, würde ich das Paket mit der Sequenz Nummer 1 nochmal wiederholen und wenn ich von der höheren Schicht was reinkriege, na, das ist ja meine Flusskontrolle, die haben wir ja schon vorher implementiert, sage ich einfach, ich bin busy. Ja, damit haben wir jetzt hier alle Fälle eigentlich durchgesprochen. Der Empfänger würde jetzt natürlich, wenn er im Zustand 1 ist und das korrekte Paket mit der Sequenz Nummer 1 reinkriegt, also sowohl korrekt als auch erwartet, dass auch Spiegelverkehr zu oben einfach weitergeben an die höhere Schicht und ein Acknowledgement für das korrekte Paket weiterschicken und in den Wartezustand 0 wiedergehen. Und wenn er dann ein unerwartetes Paket 0 korrekt empfängt, also das Paket hier mit der Sequenz Nummer 0, Sie sehen das hier, würde er auch genau wie oben das Acknowledgement 0 rausschicken, das Paket aber nicht weitergeben, um Umsortierungen im Paket Strom zu vermeiden. Ja, damit haben wir das hoffentlich ausführlich durchgespielt und diskutieren wir es mal ein bisschen. Die dritte Variante ist korrekt. Das ist ein zuverlässiges Protokoll und das hat auch einen Namen, das heißt Alternating Bit Protocol, einfach aufgrund dieses 1-Bit-Sequenz-Nummern-Raums, der halt immer alterniert zwischen diesen beiden Bit-Werten 0 und 1. Man nennt es auch manchmal Stop and Wait, ganz einfach deshalb, weil ich natürlich immer auf das richtige Acknowledgement warte, bevor ich das nächste Paket weiterschicken kann. Es gibt auch den Namen Send and Wait, der meiner Meinung nach ein bisschen besser passt. Also Send and Wait wäre ein alternativer Name noch dafür, der einfach diese Ineffizienz nochmal so ein bisschen ausdrückt, in dem eben erst das Acknowledgement mit der korrekten Sequenznummer oder mit der erwarteten Sequenznummer empfangen werden muss, bevor das nächste Paket weitergeschickt werden kann. Das ist ein ganz klassisches ARQ-Protokoll, trotzdem trotz dieser Ineffizienz, in dem auch eine Art von Flusskontrolle implementiert ist. Und wie gesagt, Funktionalität ist ja hier erst mal wichtiger als Effizienz. Zur Effizienz kommen wir natürlich gleich. Wichtig nochmal zu betonen, ich habe es ja mehrfach schon vorab gesagt, dass das Acknowledgement hier zwei Zwecke hat. Der erste Zweck wäre, es bestätigt. Es bestätigt, dass der Empfänger das Paket empfangen hat. Das ist die Rückwärtsfehlerkorrektur. Also dieser Oberteil, diese Bestätigung. Es erlaubt aber auch dem Sender, das nächste Paket zu senden. Und das ist die Flusskontrolle. Ja, also das hat eine duale Funktion hier, dieses ARQ. Das kann man separieren. Also man kann sowas separat implementieren. Man kann natürlich diese implizite Erlaubnis, dass der Sender das nächste Paket senden darf, einfach ignorieren. Aber es ist natürlich geschickt, dass man hier beides gleichzeitig kriegt. Also dass man hier sowohl eine Rückwärtsfehlerkorrektur als auch eine Flusskontrolle gleichzeitig mit dem Acknowledgement abbilden kann. Und das wird in der Regel auch so gemacht. Also zum Beispiel die TCP-Flusskontrolle oder die Flusskontrolle bei LTE im Link-Layer zum Beispiel verwendet auch diese duale Funktion. Gut, reden wir über Effizienz. Jetzt sind wir mit der Funktionalität zumindest für dieses einfache Beispiel durch. Also schauen wir uns mal die Effizienz dieses Alternating-Bit-Protokolls an. Sie hatten ja da schon so im Chat Ihre Bedenken und ich habe es ja auch schon erwähnt. Die Effizienz ist natürlich bemerkenswert niedrig. Was ist denn erstmal Effizienz? Naja, ich definiere es Ihnen hier. Das ist die Zeit, die ich für Nutzdaten habe. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal T-Packet. Das ist die Generierungszeit, die wir benötigen, um die Bits in unserem Paket auf die Leitung zu laden. Ja, und die rechnen Sie ganz einfach so aus. Das ist die Paketgröße durch die physikalische Datenrate. Ja, das ist ganz klar. Und da kommt natürlich eine Zeit raus. Also, ja, S ist in Bits zum Beispiel gegeben. Wenn die Datenrate in Bits pro Sekunde gegeben sind, haben Sie hier wieder Sekunden raus. Und das sagt Ihnen einfach, so lange brauchen Sie, um die Bits, die in diesem Paket stecken, das hängt natürlich von der Paketlänge ab und von der Datenrate ab, auf die Leitung zu legen. Ja, und das ist auch gleichzeitig die Zeit, die in meinem Effizienzverhältnis oben steht, weil das ist ja die Nutzzeit. Das ist ja die Zeit, die ich brauche, um Nutz-Bits zu versenden. So, und das teile ich jetzt durch die gesamte andere Zeit, die ich benötige, um die Daten in diesem Paket und die ganze Verwaltungsinformation zu übertragen. Und das ist hier in dem Beispiel eine ganze Menge. Hier ist es mal aufgezeichnet, auf der rechten Seite. Sie sehen hier die Generierungszeit des Pakets. Das ist hier auch nochmal grau schraffiert. Unter dem geht es nicht. Das ist sozusagen meine Nutzzeit. Die brauche ich. Naja, und dann habe ich jetzt hier noch andere Zeiten, die ich dann sozusagen im Effizienzverhältnis dagegen rechnen muss. Also das ist hier in dem Beispiel einmal die Roundup-Time. Und Sie sehen, wo die herkommt. Die kommt ganz einfach daher, dass Sie natürlich eine Verzögerung haben, also einmal die Verzögerung D, um überhaupt erst mal das Originalpaket zu versenden. Das braucht ja eine gewisse Zeit, bis da auch das erste Bit aus diesem Paket angekommen ist. Und das messen wir hier mit D. Jetzt haben Sie das zweite Delay D, bis die Acknowledgement angekommen ist. Also insgesamt eine Roundup-Time, die Sie das hier erst mal kostet. Ja, einmal hin und einmal zurück. Ja, einmal hin fürs Datenpaket, einmal zurück fürs Acknowledgement. Zusätzlich zu Roundup-Time haben Sie jetzt auch noch die Generierungszeit des Acknowledgements. Ja, das muss ich ja hier unten als Zusatzinfo, als Verwaltungsinfo, man sagt auch gerne Overhead dazu zählen. Ja, weil das bräuchte ich ja ohne ARQ nicht. Ja, also muss ich das hier auch abziehen. Und die Effizienz ist natürlich nicht besonders hoch. Aber was viel interessanter ist, ist, dass Sie sehen, wie wichtig die Roundup-Time, also Ihre Pingzeit hier in dieser Rechnung ist. Ja, also je größer die Pingzeit, desto schlechter die Effizienz. Ja, Roundup-Time oder Pingzeit, steht im Nenner. Das heißt, die Effizienz sinkt massiv, wenn Ihre Pingzeit hochgeht. Ja, und das einfach deshalb, weil ich hier eben einen Umlauf warten muss, sozusagen pro Paket, wie gesagt. Und das ist eben genau das Problem. Ja, das müssen wir lösen. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir hier pro Paket nicht eine Pingzeit warten müssen. Gegen die Generierungszeit der Acknowledgements werde ich eigentlich nichts tun können, weil ein bisschen Daten muss ich ja zurückschicken. Ja, also auch wenn es nur zwei Bits sind, also ein Bit, um zu markieren, dass das ein Ack ist, und ein Bit, um meine Sequenznummer abzubilden. De facto werden es ein bisschen mehr sein, weil ich ja auch eine Adressierung zum Beispiel auf dem Linklayer brauche und vielleicht da auch eine CAC anhängen will. Aber dagegen werde ich relativ wenig machen können. Das kann ich mir effizient überlegen, aber dann kann man da nichts mehr rausholen. Also was ich machen muss, ist, ich muss dieses D hier im Nenner, den Einfluss dieser Roundtrip-Time verringern. Wie können wir das machen? Naja, relativ einfach. Wir können anfangen, mehrere Pakete auf einmal rauszusenden. Ja, und das ist hier gezeigt. Ich erlaube einfach mehrere Pakete, die noch Bestätigungen offen haben. Also dafür, für die stehen Acknowledgements noch aus. Ja, das ist, was ich vorhin meinte mit meinem Postbeispiel. Ich gehe mit einem Stapel von Einschreiben zur Post und gebe die ab. Ja, damit erlaube ich ja, dass mehrere Rückscheine für diese Einschreiben, also Bestätigungen, Empfangsbestätigungen ausstehen. Ja, das ist hier dargestellt und hier sieht man ein wunderbares Pipelining, was lediglich unterbrochen wird. Ja, also Sie sehen hier die Generierungszeiten der Pakete und die werden lediglich durch die Generierungszeiten der Acknowledgements unterbrochen. Also in der Zeit wird hier in diesem Beispiel kein Paket empfangen und deswegen muss man das rausnehmen. Aber im Prinzip hier habe ich ein komplettes Pipelining und eine relativ gute Effizienz. Ja, und pro Paket gerechnet kriegt man dann einfach dieses Verhältnis. Ich habe meine Nutzzeit, also die Zeit für meine Nutzdaten im Paket, geteilt. Natürlich durch diese Zeit wieder. Ja, weil das muss ich machen. Ansonsten würde ich ja hier nur 0 im Nenner haben. Wenn ich die Acknowledgements wegnehme, können Sie auch einfach daran sehen, t-Packet durch t-Packet ist 100%. 100% Effizienz, besser geht es nicht. Hier muss ich aber noch von der Effizienz sozusagen was abrechnen. Ja, also muss ich noch im Nenner natürlich die Generierungszeit meines Acknowledgements hinzufügen. Und da ich das pro Paket rechne, dieses Effizienzverhältnis, aber jedes Paket ja hier gleich behandelt wird, kann ich das natürlich so einfach aufschreiben und einfach sagen, der Nenner ist Paketgenerierungszeit plus Acknowledgementgenerierungszeit. So, ich glaube, hier ist noch ein Fehler in der Folie. Das müsste ein größer sein. Das müsste ein erhebliches, größeres Verhältnis sein als das Verhältnis beim Alternating Bid. Das sehen Sie ja daran, dass ja hier der Nenner viel kleiner ist. Wenn ich dieselbe t-Packet- und t-Act-Zeiten nehme, dann ist hier jetzt mein d entfernt und damit ist jetzt hier der Nenner viel kleiner. Also muss das Effizienzverhältnis erheblich größer sein als das vorige Effizienzverhältnis von Alternating Bid. Ja, also Achtung hier, das muss ein größer sein oder vielleicht sogar so ein doppelgrößer Zeichen für erheblich größer. Gut, das ist ein schönes Pipeline, was wir hier implementiert haben. Da wollen wir eigentlich für hohe Datenraten immer drauf hinaus beim Design von Kommunikationssystemen. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Das geht mit Alternating Bid nicht mehr. Weil mit Alternating Bid darf ich ja maximal ein Paket ausstehend haben. Ich habe ja nur einen binären Sequenznummernraum. Und das war ja gerade die Idee, dieses abwechselnd, also dieses Schwingen zwischen Sequenznummer 0 und 1, immer hin, her, hin, her. Und das kann ich natürlich hier nicht mehr machen. Ich brauche also größeren Sequenznummerraum, weil ich mehr als ein Paket ausstehend haben kann oder haben muss, um das Pipelining zu realisieren. Und da kommen jetzt natürlich auch wieder unsere Kosten her. Also ich muss jetzt natürlich einen höheren Sequenznummernraum erlauben. Was bedeutet, ich muss mehr Bids im Header der Datenpakete und der Acknowledgements erlauben. Das heißt, mein Header vom T-Packet oder vom Packet wird größer und mein Header des Acknowledgements wird größer. Ja, und wir haben auch noch eine andere Annahme hier gemacht, die ich Ihnen eingangs nicht erklärt habe. Der Sender darf hier gleichzeitig senden und empfangen. Sie sehen es hier an dem Beispiel. Hier empfange ich das Acknowledgement von meinem grauen Paket, während ich das dunkelblaue Paket sende. Das geht natürlich in manchen Systemen nicht. Insbesondere in drahtlosen Systemen, also in Wi-Fi, also in WLANs oder in Mobilfunksystemen geht das nur mit sehr hohem Aufwand auf der physikalischen Schicht. Also das ist nicht trivial, gleichzeitig zu senden und zu empfangen in allen Systemen. Daher ist das auch eine Annahme, die vielleicht nicht für jede physikalische Schicht hält. So, gibt es noch eine Option, wie wir das besser machen können, als Full Duplex zu verwenden und die vielleicht auch eher dem entspricht, was dann auch wirklich implementiert wird? Ja, die gibt es natürlich und das ist das sogenannte Sliding Window Protokoll. Und jetzt kommen wir sehr nah an das ran, was Sie dann auch wirklich in TCP und zum Beispiel auf den Schicht 2.2, sage ich jetzt mal, in LTE zum Beispiel haben. Und ein Sliding Window Protokoll kann mehrere ausstehende Pakete verwalten und das macht es natürlich zum einen auf Basis eines längeren Sequenznummern-Raums, also zum Beispiel von in Bits. Damit habe ich einen Sequenznummern-Raum von 2 hoch N. Ja, wie gesagt, das Alternating Bit wäre dann ein Spezialfall. Da haben Sie dann hier bei N gleich 1 stehen. Aber üblicherweise natürlich bei Sliding Window bin ich bei N größer 1. Und dann muss ich mir überlegen, wann darf ich denn welche Sequenznummern davon verwenden während meines Sende-Empfangsprozesses. Ja, das war ja beim Alternating Bit Protokoll ganz genauso. Da durften Sie ja pro Zustand immer nur eine Sequenznummer verwenden. Deswegen hatten wir unseren Zustand Wait 0 und Wait 1 oder Receive 0 und Receive 1 im Empfänger. Und im Sender hatten wir jeweils diese Wait- und Prozesszustände auch jeweils für den Sequenznummernwerten 0 und 1. Also das muss ich auch machen. Ich muss hier also so eine Buchführung etablieren, wann ich denn welche Sequenznummern nutzen darf. Und dafür verwende ich diese Sliding Windows oder Schiebefenster könnte man auf Deutsch sagen, die einfach über diesen Nummernraum geschoben werden. Wir schauen uns das gleich auch grafisch an. Merken Sie sich aber eins. Wir schieben das Fenster über den Nummernraum. Wir schieben das nicht über die Paketdaten. Ja, das ist ein Unterschied. Ein Nummernraum ist einfach nur ein Zahlenstrahl oder eine Zahlenkette und da legen wir mit so einem Schiebefenster einen Bereich fest von Sequenznummern, denen wir erlauben. Das ist was anderes, als zum Beispiel direkt auf den Daten oder auf den Paketdaten zu arbeiten. Das wird oft durcheinander gebracht. Da werden wir im Praktikum deshalb auch noch mal ein bisschen genauer darüber reden, dass Sie das nicht verwechseln. Gut, ich habe zwei Fenster. Ich habe ein Senderfenster, logischerweise am Sender und die gibt mir einfach die Menge oder die Untermenge der Sequenznummern, deren Benutzung ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt erlaube. Und dann habe ich am Empfänger natürlich das Empfangsfenster, was auch mir die Untermenge der Sequenznummern angibt, die ich zum aktuellen Zeitpunkt erlaube. und dieses Empfangsfenster ist maximal W-Frames groß. Und das ist natürlich die Größe meines Empfangspuffers. Wenn ich einen großen Empfangspuffer habe, dann habe ich natürlich ein großes W und damit auch einen großen erlaubten Sequenznummerraum am Empfänger. Zumindest initial. Wie wir den manipulieren, dazu komme ich gleich. Wann habe ich große Empfangspuffer? Naja, zum Beispiel, wenn ich toleranter gegenüber Verzögerungen bin. Das habe ich Ihnen ja in einer der vorgehenden Termine schon mal erklärt, dass so die Puffergröße im Wesentlichen sowas wie die Delay Tolerance, also die Verzögerungstoleranz angibt. Und natürlich bei sowas wie Echtzeit-Videovorlesungen würde ich eher einen kleineren Empfangspuffer wählen. Und bei sowas wie YouTube-Streaming, wo ich nicht in Echtzeit irgendwas herunterladen muss oder nur in einer sehr entspannten Echtzeitsituation agiere, oder bei einem reinen Herunterladen von Dateien, würde ich mir auch gerne ein größeres W erlauben, um dann einfach das Pipelining auch mehr auszunutzen. Weil W definiert ja, wir sind ja hier bei der Flusskontrolle, wir sind hier dabei, die Flusskontrolle zu verallgemeinern. W definiert, wie viele Pakete unbestätigt bleiben können, also quasi unbestätigt noch im Kanal sein können. Und damit definieren wir ja auch, wie gut wir den Kanal auslasten können. Also W hat hier einen direkten Einfluss auf meinen Durchsatz. Dazu komme ich aber nachher noch. Entweder nachher oder beim nächsten Mal. Schauen wir mal. Gut, Sliding Window. Hier ist mal eine grafische Darstellung eines Beispiels für die Empfangspuffergröße 7. Die Einheit ist hier Frames, ja, also oder Pakete. Also 7 Pakete können initial im Empfangsspeicher gespeichert werden oder im Empfangspuffer gespeichert werden. Dementsprechend ist die initiale Größe des Empfängerfensters auch 7. So, hier, das Empfängerfenster ist hier unten angegeben. Hier oben sehen wir das Sendefenster. Sie sehen hier unseren Zahlenstrahl, ja, wenn Sie so wollen. Also das sind hier die möglichen Sequenznummernwerte. Ja, die fangen jetzt hier bei 0 an und gehen dann bis 7. Und Sie sehen, dann wiederholt sich das. Da ist also ein Modulo drin. Ja, bei Alternating Bit hätten wir hier auch nur einen einbittigen Modulo. Dann würden wir einfach 0, 1, 0, 1, 0, 1 haben. Hier haben wir jetzt hier eben 0 bis 7. Und man kann es sich immer ganz gut so vorstellen, wenn man sagt, dass das Fenster die Jetztzeit betrachtet, also der blau markierte Bereich, hier ist das Sendefenster. Und das ist jetzt, also aktuelle Zeit. rechts davon haben Sie die Zukunft, links davon haben Sie die Vergangenheit. Also so kann man sich das relativ einfach erklären, was das jetzt hier alles bedeutet. Und dann haben wir so bestimmte Abschnitte gebildet. Ich fange mal in der Vergangenheit an. Links, ganz früher, haben wir die Sequenznummern der Rahmen, die wir bereits übertragen haben und die bereits bestätigt wurden. Also die sind erledigt, mit anderen Worten. Alles ordnungsgemäß übertragen und ordnungsgemäß bestätigt. 5 in diesem Beispiel, also alles vor diesem Pointer hier, Sie können sich das wirklich so als Modulo-Vektor mit einem Pointer vorstellen zum Beispiel. So könnte man es zum Beispiel implementieren. Und der letzte vor diesem Pointer in der Mitte, das wäre zum Beispiel Frame 5, und das wäre natürlich der letzte, der acknowledged wurde. Rechts davon habe ich jetzt einen Frame, den ich schon übertragen habe, Frame 6 und 7, die aber noch nicht bestätigt wurden. Also die sind noch nicht ganz erledigt. Sind so halb erledigt, sage ich mal. Und hier im Fenster habe ich jetzt Jetztzeit, also das ist, was ich aktuell jetzt senden darf. Also wenn ich jetzt Pakete senden will, darf ich das tun. Ich darf 5 Pakete senden und die müssen dann die Sequenznummern 0 bis 4 bekommen. Und rechts davon habe ich Sequenznummern, die ich in Zukunft benutzen darf. Aktuell noch nicht, aber in Zukunft. Wann darf ich zum Beispiel die Sequenznummer 5 benutzen? Naja, wenn ich ein Ack empfange, dann setze ich nämlich dieses Fenster um 1 nach rechts fort. Wenn ich jetzt also ein gültiges Ack empfange, gültig würde ein Ack sein, was ich erwarte. Was erwarte ich? Naja, ich erwarte ein Ack für Sequenznummer 6 und 7. Und wenn ich 1 von beiden empfange, würde ich das Fenster hier vergrößern und auf 5 gehen und dürfte dann tatsächlich 6 Pakete auf einmal schicken. Achtung, ich schiebe es nicht automatisch. Ich vergrößere es nur. Für jedes empfangene Ack vergrößere ich. Hier steht es auch noch mal. So, wenn ich jetzt aber schieben will, heißt der Sliding Window, dann muss ich auch mal mal das Fenster links schrumpfen lassen. Und wann schrumpft das Fenster links? Naja, das schrumpft dann, wenn ich ihn natürlich sende. Also wenn ich jetzt mit einer dieser erlaubten Sequenznummer einen Frame sende, also idealerweise mache ich es von links ab, also nehme ich jetzt Sequenznummer 0, sende einen Frame mit der Sequenznummer 0 raus, dann nehme ich den natürlich raus, verkleinere mein Fenster um 1, dann hätte ich die Grenze hier, ich versuche das mal zu malen so mit dem Cursor. Und damit landet 0 natürlich in der Untermenge der bereits gesendeten, aber unbestätigten Frames. Und daher kommt dieser Verschiebeeffekt. Also fehlt das empfangene Ack, rechts einen dazu, fehlt den gesendeten Frame, links einen weg. So, das ist die Perspektive wie beim Sender. Semaphore wäre auch eine Möglichkeit, sowas zu implementieren in Helchenbach. Und Flusskontrolle haben Sie übrigens auch in Betriebssystemen und in Datenbanken. Das Konzept ist allgemein. Natürlich in Telco interessiert uns das von einem anderen Blickwinkel, aber Sie haben natürlich auch in der Datenbank das Problem, wenn Sie Inkonsistenzen vermeiden wollen. Wir hatten ja hier auch ein paar Beispiele für Inkonsistenzen. Duplikate zum Beispiel wären so ein Beispiel. Das kann natürlich mit Paketen genauso auftreten wie mit Datenbank-Einträgen. Also da gibt es eine Analogie. Das haben Sie absolut richtig erkannt. Gut, schauen wir uns mal den Empfänger an. Der Empfänger hat auch dieses Schiebefenster und hat auch diese Zeitabschnitte, die zum Beispiel durch diese Pointer voneinander getrennt werden. Und auch da haben Sie links sozusagen die Vergangenheit und rechts die Zukunft und im Fenster die aktuelle Zeit, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf. Links haben wir also die Frames, die bereits empfangen und bestätigt wurden. Haben wir also hier genau denselben Zustand wie oben in dem Beispiel. Das muss nicht so sein. Die müssen ja nicht immer synchron sein, aber initial zum Beispiel haben wir es so. Dann haben wir hier die Frames 6 und 7. Die sind auch schon empfangen. Also insofern stimmt Sender und Empfangssicht hier überein. Sind aber noch nicht bestätigt, wie wir ja bereits vom Sender wissen. Und dann habe ich hier im Fenster, das ist jetzt tatsächlich ein Unterschied zur Bedeutung des Sendefensters. Also hier im Empfangsfenster habe ich jetzt natürlich nicht Frames, die ich sende, sondern hier habe ich Frames, die ich erwarte. Das sind also die gültigen Sequenznummern, die ich erwarten würde als nächstes. Also Frames, die hier reinkommen, würde ich akzeptieren. Und dann natürlich, wenn ich jetzt einen dieser Frames empfangen habe, die in diesem Empfangsfenster stehen, zum Beispiel ein Frame mit einer Sequenznummer 0, dann würde ich hier dieses Fenster links um einen kürzer machen und würde damit den Frame mit der Sequenznummer 0 in die Untermenge der Frames packen, die bereits empfangen, aber noch nicht bestätigt sind. Also ähnlicher Mechanismus wie oben, nur eben aus der Empfängerperspektive. Rechts würde ich das Fenster dann wieder größer machen, wenn ich einen Ack rausgeschickt habe. Weil wenn ich einen Ack rausgeschickt habe, ist der Frame für mich erledigt und ich kann wieder einen nächsten Frame akzeptieren als Empfänger. Also ich erlaube sozusagen dem Sender dann wieder eine höhere Sequenznummer zu verwenden. Gut, soweit zum Ablauf. Ja, einfach nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen, vielleicht zu Hause nochmal ein bisschen drüber meditieren. Im Prinzip steht, was passiert hier alles drauf und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Das wird im Stallings auch ganz gut erklärt. Also das wird im Tannenbaum eigentlich auch ganz gut erklärt. Das sind ja beides Bücher, die habe ich Ihnen hier für die Vorlesung angegeben. Da können Sie mal reinschauen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich definiere Ihnen erstmal, was mein Ack bedeutet. Mein Ack bedeutet nämlich jetzt ein bisschen was anderes als vorher. Ich mache so was wie kumulative Acknowledgement jetzt und ich sage, wenn ich ein Receive Ready, also meine Acks heißen jetzt Receive Ready und wenn ich ein Receive Ready mit der Zahl n schicke, zum Beispiel schicke, zum Beispiel sagen wir mal Receive Ready 4, dann heißt das zwei Dinge. Erstens, ich habe alle Frames bis Frame 3, also n-1 empfangen. Das ist ein sogenanntes kumulatives Acknowledgement, also ich bestätige alle vorhergegangenen Frames und ich bin bereit, Frame 4 zu empfangen. Das ist jetzt keine Magie, das ist einfach nur Konvention, was dieses Receive Ready bedeutet. Man kann das so implementieren, man kann das auch anders implementieren, ich habe es ja eingangs schon gesagt, das muss man einfach im Protokoll festlegen. Gut, spielen wir es mal durch, was hier passiert. Sie sehen links den Sender und rechts den Empfänger und Sie sehen links natürlich das Sendefenster und rechts das Empfangsfenster, blau schraffiert. Die Fenstergröße ist initial bei beiden gleich, in beiden Fällen sieben Frames groß, ja, das ist also auch noch durch den Empfangsproferwert der Länge 7 definiert und initial sind die natürlich auch synchron, also die gehen initial vom selben Zustand des Fensters aus. Gut, jetzt schickt Host A, also der Sender schickt jetzt drei Frames raus, einfach in der Reihenfolge hier, die hier im Fenster gegeben ist und verringert natürlich dementsprechend das Sendefenster, bis er dann auf Frame 3, also bis es dann nur noch Frame 3 bis 6 enthält und fügt Frame 0 bis 2 in die Gruppe der gesendeten und unbestätigten Frames ein. Die Frames werden ordnungsgemäß empfangen vom Host B, der daraufhin sein Empfangsfenster verkürzt. Jetzt schickt Host B ein Receive Ready 3, bestätigt damit alle vorhergehenden Frames, also Frame 0 bis 2 und sagt, er ist bereit, Frame 3 als nächstes zu empfangen, macht aber noch was zweites und zwar vergrößert er das Empfangsfenster entsprechend auf der rechten Seite, weil er jetzt zusätzliche Sequenznummern wieder erlauben kann, weil er hat ja gerade was bestätigt. So, diese Bestätigung kommt jetzt hier rein beim System A und Host A vergrößert einfach auf Basis dieser Bestätigung seinen Sequenznummernraum, indem er rechts einfach Frame 7, 0 und 1 hinzunimmt. Ja, das kann er machen, er muss ja 3 hinzunehmen, er hat ja ein Acknowledgement für 3 bekommen. Ja, dann sendet A weitere Frames, natürlich von links ausgehend einfach in der Ordnung der erlaubten Sequenznummern im Söndefenster. Das sind in dem Beispiel jetzt so eine kleine Gruppe von Frame 3 bis 6. Davon empfängt Host B den Frame 3, verringert das Empfangsfenster entsprechend, also verkürzt es auf der linken Seite und fügt den Frame 3 in die Gruppe der empfangenen, aber unbestätigten Frames ein. Und schickt jetzt das Receive Ready 4, was sich allerdings überkreuzt mit dem Empfang der Frames 4 bis 6. Ja, das ist aber auch erstmal überhaupt kein Problem, denn bis das Receive Ready 4 nicht empfangen wurde, würde ja die Sequenznummer nicht doppelt verwendet werden. Gut, die wird hier unten übrigens empfangen und Sie sehen, hier kann dann wieder das Sendefenster rechts erhöht werden, weil die hier unten eben erst empfangen wird. Zwischendurch ist das Sendefenster natürlich 3 groß, weil das ist, was wir nach dem Versenden der 4 Frames hier noch übrig haben. Wenn der Host B dann Frame 4 bis 6 empfängt, würde er natürlich auch diese Frames in diese Gruppe der empfangenen, aber unbestätigten Frames, die er wie gesagt zwischen diesem Pointer und dem Fenster da war, eingliedern, weil die Frames sind ja noch nicht bestätigt. Und das macht er, indem er einfach das Sendefenster links um diese 3 Frames verringert. Ja, also das ist im Wesentlichen, was hier abläuft. Und Sie sehen, das funktioniert eigentlich soweit alles reibungslos. Das wäre eine kurze Erklärung zum Sliding Window-Protokoll. Da gibt es wie gesagt im Stallings noch ein bisschen mehr zu, wenn Sie da Spaß dran haben. Und Sie wissen jetzt auch, warum man das macht. Eine Sache, um die wir uns jetzt noch kümmern müssen, ist, was passiert im Falle von Fehlern. Wie wird jetzt effizienter wiederholt als einfach nur bei einem Alternating-Bit sozusagen immer nur ein ausstehendes Paket zu erlauben und dann entsprechend das auch direkt zu wiederholen. Hier habe ich kein Alternating-Bit-Protokoll. Hier habe ich ein Protokoll mit einem höheren Sequenznummernraum. Also Sie sehen es hier zum Beispiel einen Sequenznummernraum von neun möglichen Werten. Ja, das geht hier bis Sequenznummer 8. Und ich habe aber den Spezialfall, dass der Empfänger nur einen Frame empfangen kann. Also er hat eine Empfangspuffergröße W gleich 1. Und dann bleibt ihm natürlich nichts anderes übrig, als im Falle eines Fehlers alle weiteren Frames zu verwerfen. Ja, das sieht man hier. Also hier werden Frames, Frames 0 wird gesendet, 1 wird gesendet, die werden korrekt empfangen, werden auch direkt bestätigt. Jetzt wird 2 fehlerhaft empfangen und ab dann nimmt der Empfänger keine weiteren Daten mehr an und würde dann hier erst wieder einen ACK 2 senden, wenn Frame 2 korrekt empfangen wurde. Also ab hier geht es dann wieder ganz geordnet weiter. Warum macht der Empfänger das? Naja, er möchte keine Umsortierung haben und er möchte auch keine Verdopplung haben und das vermeidet er hier einfach, indem er einfach keine weiteren Frames mehr annimmt. Datenkonsistenz wird im Wesentlichen so sichergestellt. Das bedeutet, dass alle Frames, die wir nach einem defekten Frame empfangen haben, dass die einfach nicht mehr behandelt werden. Die sind ja aus der Frame-Sequenz raus, also das macht man, um Datenkonsistenz zu behalten, also um zu vermeiden, dass man dann Frames annimmt, die außerhalb der Reihenfolge oder außerhalb der erwarteten Reihenfolge stehen und die werden dementsprechend auch nicht acknowledged, sondern nur das ACK für den letzten korrekt empfangenen Frame wird gesendet. Irgendwann wird es einen Timeout geben am Sender und dann würde der Sender natürlich alles nach dem letzten Launchment wieder schicken, also in unserem Beispiel Frame 2 würde er dann wieder schicken und da die doppelt empfangenen Frames einfach verworfen wurden, gibt es eben auch wie gesagt keine Duplikate. Das nennt man Go-Back-End-Verfahren, also das Verfahren auf der vorigen Folie ist Go-Back-End, ist natürlich, was Übertragungskapazität angeht, relativ verschwenderisch, spart dem Empfänger aber zwei Dinge, also zum einen Puffergröße, das heißt, wenn ich ein System habe, was wirklich mit Echtzeit arbeiten muss, also kurze Pakete zum Beispiel empfangen muss und dafür einen kleinen Empfangspuffer braucht, um nicht zusätzlich Verzögerungen durch einen großen Empfangspuffer zu kreieren, dann kann ich so ein Protokoll verwenden und ich spare mir natürlich funktionellen Aufwand am Empfänger, zum Beispiel so eine Umsortierung muss am Empfänger hier in diesem Protokoll nicht implementiert werden, ja, oder eine Wiederherstellung sozusagen der Datenkonsistenz. Wenn ich mir das aber erlauben kann, das heißt, wenn ich mir einen komplexeren Empfänger erlauben kann und auch einen größeren Empfangspuffer haben möchte, kleine Empfangspuffer haben ja nicht nur Vorteile hinsichtlich Verzögerung, die haben ja auch Nachteile hinsichtlich Durchsatz, also wenn ich den Durchsatz erhöhen möchte sozusagen, dann brauche ich das Selective Repeat Protokoll zur Wiederholung und ja, das ist als Beispiel hier gezeigt, also wir haben hier dasselbe Problem wie vorher, Frame 2 geht verloren, jetzt nimmt der Empfänger aber diese Frames an, puffert die allerdings am Link Layer, also gibt die nicht direkt hoch, Sie wissen warum, weil direktes Hochgeben an die höhere Schicht, also zum Beispiel an der IP, würde eben einen inkonsistenten Datenstrom verursachen, ja, wir haben ja hier eine Lücke, die müssen wir erstmal stopfen und hier haben wir durch den korrekten Empfang, das vorher inkorrekten Frame 2, also Empfänger wiederholt hier, haben wir sogar eine Umsortierung im Datenstrom, Sie sehen es ja, hier habe ich ja 4, 5, 2, 6, ja, also habe ich hier zwei Probleme, ich habe eine Lücke, ich habe potenziell vielleicht sogar Duplikate, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ack verloren gehe, hätte ich sogar Duplikate und hier habe ich halt auch noch eine Umsortierung und das muss ich lösen, ja und deswegen puffere ich hier noch am Link Layer, wenn ich für die zukünftigen Frames gebe ich allerdings ein Negative Acknowledgement zurück und sage damit an, dass ich Frame 2 nicht empfangen habe bestätige hier die vorher empfangenen Frames nochmal so lange bis ich Frame 2 dann tatsächlich empfangen habe und erst wenn ich Frame 2 hier empfangen habe sage ich dem Sender wo ich wirklich bin und zwar bei Frame 5 also ab hier ist sozusagen der Prozess wieder ordnungsgemäß wiederhergestellt also ab dem korrekt empfangenen Frame 2 würde ich jetzt mit dem Ag 5 dem Empfänger wieder signalisieren dass er im Sequenznummerraum weiter fortschreiten kann wichtig im Unterschied zu GoBack End ist ich habe aber die Frames zwischendurch angenommen und muss lokal im Link Layer umsortieren und die in eine korrekte Reihenfolge bringen bevor ich dann den korrekten Paketstrom an die Netzwerkschicht hochgeben kann wir haben hier also zwei Funktionen wir haben dieses selektive wiederholen am Sender und wir haben diese Umsortierung und auch dieses selektive Neuanfordern von Paketen am Empfänger daher ist Selective Repeat so wir sind jetzt mit den AIQ-Protokollen insoweit fertig Sie wissen wie defekte Pakete wiederholt werden wie man mit Hilfe dieser Wiederholung auch eine Flusskontrolle also mit Hilfe insbesondere der Acknowledgements eine Flusskontrolle realisiert und Sie wissen auch mit welcher Strategie man wiederholt um zum Beispiel Umsortierung im Paketstrom von vornherein zu vermeiden das wäre GoBackN oder denn eben den Durchsatz zu erhöhen aber eine Umsortierung dann vornehmen zu müssen das wäre Selective Repeat gehen wir mal einen Schritt zurück und reden über eine wichtige Kenngröße die wir benötigen um Netze zu klassifizieren und auch die AIQ-Parameter also insbesondere das Sendefenster dieser Netze einzustellen und diese wichtige Kenngröße heißt Bandwidth Delay Product oder Brandbreiter Verzögerungsprodukt und die ist so angegeben hier steht es BDP gleich R mal D R steht für Datenrate also an der Stelle haben wir ich sag mal eine leichte schlampige Bezeichnung wenn wir das Bandwidth Delay Product nennen aber das ist nun mal die Terminologie die sich da eingebürgert hat weil es eben nicht die Bandbreite in Herz ist sondern die Datenrate in Bits pro Sekunde und dann haben wir hier die Variable D stehen normalerweise steht das für unidirektionale Verzögerung also wenn Sie einen symmetrischen Link hätten für die Hälfte Ihrer Roundtrip Time man kann aber auch tatsächlich das Bandwidth Delay Produkt direkt mit der Roundtrip Time berechnen dann müssen Sie es eben angeben dann steht hier halt direkt RTT die Einheit die dann rauskommt ist dieselbe das ist Bits Sie multiplizieren ja Bit pro Sekunde mit Sekunde dann kürze ich die Sekunde weg und da kommen Bits raus und was gibt mir das an? naja das gibt Ihnen die Bits an die gleichzeitig im Kabel gespeichert sind ja das ist ein bisschen flapsig ausgedrückt natürlich muss es nicht nur ein Kabel sein wenn es ein ganzer Link ist da können auch noch mal ein paar Routerwarteschlangen dazwischen sein oder irgendwelche Repeater zum Beispiel bei Unterseekabeln das kriegen wir gleich ja aber stellen Sie sich das so vor Sie haben Link zwischen Host A und Host B die sind irgendwie verbunden und die Bits die im Medium zwischen diesen beiden Hosts gespeichert sind die gibt Ihnen das BDP an daraus folgt jetzt so einiges stellen Sie sich vor das BDP wird größer das heißt Sie haben mehr Bits in der Leitung gespeichert und diese Bits sind ja noch nicht acknowledged das sind die Bits die quasi in Ihrem Pipelining von A nach B rauschen und die noch nicht bestätigt sind denn um eine Bestätigung zu schicken muss ich ja das Pipelining stoppen und über einen Rückkanal zurückschicken zumindest wenn ich ein Halbduplex Medium habe oder ich habe eine parallele Leitung das wäre dann so ein Fullduplex Link in dem ich dann parallel die Bestätigung zurückschicken kann also merken wir uns BDP gibt uns die Bits an die gespeichert sind in der Leitung und in der Regel noch nicht bestätigt sind so wenn das jetzt steigt entweder weil wir einen Link haben der eine höhere Datenrate hat oder einen Link haben der ein höheres Delay hat dann bedeutet das dass mehr Bits im Medium gespeichert sind bevor das erste Bit tatsächlich am Empfänger angekommen ist das haben wir in den MSCs gesehen in diesen Message Sequence Charts dass wir D brauchen D ist unsere Ausbreitungsverzögerung unser Delay bis das erste Bit ankommt und umso größer das BDP umso mehr Bits sind bereits in der Leitung bevor das erste Bit tatsächlich ankommt so das bedeutet auch wenn das BDP steigt dass ich mehr Bits kontinuierlich lossenden muss um den Link komplett auszulasten wir werden das gleich noch sehen wenn wir das Beispiel der Fenstergröße von TCP besprechen aber das ist klar wenn ich ein kleines Sendefenster habe nur ein paar Bits losschicken kann dann kriege ich den Link vielleicht nicht ausgelastet wenn dieser Link es mir erlaubt mehr Bits zu speichern ja also da kriegt man dann raus was einem ein zu kleines Sendefenster zum Beispiel kostet wenn das BDP jetzt größer wird bedeutet das auch dass mehr Bits nicht bestätigt sind ja also dass die von einem Sliding Window Protokoll zum Beispiel noch nicht bestätigt sind und die sind dann im Falle eines Fehlers natürlich verloren und müssen wiederholt werden das heißt wenn sie den Link vollpacken wollen brauchen sie lange Pakete ja das Paket muss ja dann mindestens BDP lang sein und wenn BDP im Groß wird müssen ihre Pakete länger werden und ihre Einheiten der unbestätigten Bits werden entsprechend länger ja man muss also mehr Bits auch zwischenpuffern um die dann wiederholen zu können ja Sie sehen das ist ein direkter Einfluss auf die Senderfenstergröße die Sie hier haben und viertens bedeutet das dass wir die eben in einem Fall eines Fehlers wiederholen müssen also je größer BDP wird umso mehr Bits müssen wir im Fall eines Fehlers wiederholen und eine Wiederholung kommt immer mit einer zusätzlichen Latenz logischerweise und da diese Wiederholung unvorhersehbar ist kriegen Sie damit eine Varianz der Latenz und das ist was wir auch Jitter nennen das bedeutet also große Datenrate ist nicht unbedingt gut große Datenrate führt zu einem hohen BDP und je höher ihr BDP umso höher die Varianz durch Jitter weil umso mehr Daten wiederholt werden müssen das gleiche gilt übrigens für ein hohes Delay aber der Zusammenhang ist natürlich klar also je höher das Delay umso höher der Jitter alleine durch die Latenz die passiert am schlimmsten ist natürlich die Kombination zwischen hoher Datenrate und hoher Latenz und die werden wir uns gleich anhand von Unterseekabeln die ja dafür ein Paradebeispiel sind anschauen halten wir fest hoher Durchsatz kommt immer mit einem Risiko für hohen Jitter das heißt hoher Durchsatz allein ist kein Vorteil man muss ihn immer in Kombination mit dem Delay betrachten der Charme dieser Messgröße Bandwidth Delay Produkt ist dass sie beides anhand eines einzigen Wertes bewerten können das heißt es genügt sich das BDP anzuschauen um zu wissen ob man es mit einem Netz der hohen Risikoklasse hinsichtlich Jitter zu tun hat das wäre ein Netz mit hohem BDP oder einer niedrigen Risikoklasse hinsichtlich Jitter mit einem niedrigen BDP das werden wir gleich anhand von mehreren Beispielen diskutieren zuerst kommen wir zu Unterseekabeln und dann besprechen wir noch andere Beispiele was sie auf dieser Weltkarte sehen sind alle großen Unterseekabel die sind unterschiedlich gefärbt das liegt daran dass man anhand der Farben dann sehen kann von welchen Firmen oder welchen Konsortien die betrieben werden wenn sie sich für die Details interessieren ich habe hier mal den Link angegeben da gibt es dann noch weitere Informationen zu diesen einzelnen Kabeln ich habe hier mal ein paar Rahmenparameter angegeben also üblicherweise sind das natürlich Glasfaserkabel und die haben alleine aufgrund ihrer Strecke natürlich eine hohe Roundtrip-Time 40 bis 300 Millisekunden sind da durchaus üblich Quelle habe ich hier angegeben und die haben natürlich auch eine hohe Datenrate weil man legt natürlich sowas nicht weil man mal so ein paar Kilobit pro Sekunde übertragen will typische Datenraten liegen so zwischen 2 Gigabit pro Sekunde und 10 Terabit pro Sekunde so und jetzt überlegen wir noch mal wie unsere Formel war vom Bandbreiten-Delay-Produkt also wir multiplizieren die Datenrate mit der Roundtrip-Time und daran erkennen Sie das Unterseekabel natürlich ein ganz klassischer Kandidat für große Bandbreiten-Delay-Produkte sind alleine aufgrund der großen Datenrate die in der Regel mit einer großen Roundtrip-Time kombiniert wird das ist so der klassische Kandidat und wenn Sie das jetzt verknüpfen mit dem was Sie über ARQ-Protokolle gelernt haben dann wissen wir dass ARQ hier sehr aufwendig wird ganz einfach deshalb weil wir eben sehr lange brauchen um eine Wiederholung zu machen das sagt uns die große Roundtrip-Time gleichzeitig haben wir aber viele Bits übertragen also pro Zeiteinheit das heißt auch diese Wiederholung wird sehr teuer weil wir während der Wiederholungszeit natürlich keine anderen Bits übertragen können also wir müssen ja dann Redundanz übertragen und aufgrund der langen Laufzeit wird diese Wiederholung sehr teuer und diese Kosten misst Ihnen das Bandbreiten-Delay-Produkt das misst Ihnen vereinfacht gesagt wie viele Bits in der Leitung stecken und die müssen Sie erst mal übertragen und dann können Sie anfangen zu wiederholen dann müssen Sie sozusagen Platz freischaufeln das Pipelining bricht ab und Sie müssen wieder die fehlerhaften Bits wiederholen deshalb macht man bei Unterseekabeln eine starke Vorwärtsfehlerkorrektur das heißt man versucht die ARQ zu vermeiden also die Rückwärtsfehlerkorrektur zu vermeiden indem man einen starken fehlerkorrigierenden Code anwendet also da sind Coderaten von 1 Neuntel oder 1 Zwölftel durchaus möglich das heißt bei 1 Zwölftel zum Beispiel dass nur jedes zwölfte Bit ein Datenbit ist 11 von 12 Bits wären Redundanz das ist massiv Redundanz die man da einsetzt einfach um zu vermeiden dass man Bits wiederholen muss im Falle eines Übertragungsfehlers das Klassifizierungsmerkmal nachdem man entscheidet das zu tun ist das große Bandbreitendelayprodukt hier steht auch noch mal eine Fehlerrate die man versucht damit zu erreichen das ist eben eine sehr niedrige Fehlerrate ganz gegen 0 werden wir die nie kriegen es ist immer wahrscheinlich dass irgendwann ein Fehler auftritt aber man versucht hier möglichst nah an die 0 ranzukommen mit einer Fehlerrate von 10 hoch minus 12 Auf dieser Folie sehen Sie noch weitere Beispiele für das Bandbreitendelayprodukt bevor wir die durchgehen würde ich gerne mal mit Ihnen eine Klassifizierung besprechen die hat die ITF gemacht das sind die die das Internet standardisieren in der RFC 1072 und die haben gesagt Links die ein BDP haben was wesentlich größer ist von 10 hoch 5 Bits die werden Long Fat Networks genannt das kommt aus der Einsicht dass eben in diesem Bereich des BDPs also BDPs die höher als 10 hoch 5 Bits sind die Protokollparameter sehr vorsichtig gewählt und sehr vorsichtig optimiert werden müssen ja welche Protokollparameter sind das hier naja zum Beispiel das Sendefenster das haben Sie ja schon kennengelernt als wir das Sliding Window ARQ besprochen haben aber eben auch sowas wie Coderate das hatte ich ja eben erwähnt bei den Unterseekabeln da mussten wir uns dann nicht nur entscheiden einen Fehler korrigierenden Code zu verwenden wir mussten uns auch noch entscheiden dem eine sehr niedrige Coderate zu geben um einen starken Fehlerschutz hinzubekommen also das sind dann so Parameter die Sie optimieren müssen wenn man das nicht tun kann oder das nicht tut dann hat man so ein Problem wie zum Beispiel beim alten TCP das hatte ein maximales Sendefenster von 64 Kilobytes also 65.535 Bytes und aufgrund dieser beschränkten Fenstergröße kann das natürlich Links die mehr als 64 Kilobytes speichern können also Links mit einem BDP größer als 64 Kilobytes nicht auslasten das sieht man hier in dem Beispiel einen Satellitenlink zum Beispiel der 1,5 Megabit pro Sekunde schafft und einen Roundtrip Time von 513 Millisekunden hat das ist eine relativ große Roundtrip Time die aber für Satellitenlinks durchaus realistisch ist der hat so ein BDP von knapp 96.000 Bytes und Sie sehen wenn ich jetzt hier das TCP-Sendefenster nehme also das Sendefenster des alten TCPs muss ich sagen dass ich den nur zu 68% ausgelastet kriege also tatsächlich nur 1,02 Megabit pro Sekunde da drüber kriege und zwar nicht weil der Link schlecht wäre sondern alleine deshalb weil TCP mich ausbremst das Pipelining wird hier ausgebremst in dem eben nur in 64 Kilobytes Häppchen Daten gesendet werden können und das ist einfach ein Protokollparameter der hier beim klassischen TCP beschränkt war das hat man dann tatsächlich erst im Jahr 2000 gelöst durch die Windows Scale Option die man in TCP eingeführt hat die werden wir auch noch kennenlernen wenn wir den TCP Header besprechen wobei Windows das immer noch nicht richtig implementiert und tatsächlich noch eine feste Puffergröße von 16 Megabyte annimmt Sie würden dann tatsächlich auch nur 16 Megabyte Häppchen versenden können mit einem Windows Sie können ja mal selbst ausrechnen wenn Sie mal so eine klassische Roundtrip Time zum Beispiel von 100 oder 50 Millisekunden annehmen was Ihnen das für eine maximale Datenrate erlaubt ja das können Sie einfach mit der BDP-Formel selber ausrechnen gut schauen wir uns noch mal ein paar Beispiele an übrigens die Beispiele hier habe ich aus Wikipedia und diese Null die ich hier einfügen musste nachdem wir das in der Vorlesung mal diskutiert haben die zeigt dass man immer sehr vorsichtig sein muss wenn man Zahlen und Daten und irgendwas aus Wikipedia verwendet ja die haben das einfach vergessen das ist ein Copy und Paste Fehler die haben die Rechnung hier runter kopiert und dabei die Null vergessen und dann stimmt natürlich der Rest der Rechnung nicht und naja was sehen wir hier gehen wir mal so ein paar Beispiele durch also wir haben hier einen Link mit einem relativ kleinen BDP das ist so eine alte DSL Leitung ja also da sind wir inzwischen natürlich erheblich höher hier haben wir hier haben wir diese dieselbe Roundtrip Time bei einem etwas moderneren DSL da haben wir immer noch 50 Millisekunden Roundtrip Time das ist auch durchaus eine übliche Zahl haben aber eben eine Bitrate von 20 Megabit pro Sekunde das ist unsere Linkkapazität naja und da landen wir bei 125 Kilobytes Sie sehen das ist schon fast das Doppelte vom klassischen TCP Sendefenster also dieses DSL würden wir damit mit dem alten TCP zum Beispiel nicht mehr ausgereizt kriegen ja hier ist das angegeben für so ein 3G Netz HSDPR ist ein UMTS Datenübertragungsmodus auch relativ typische Werte auch den würden Sie mit dem alten TCP nicht ausgereizt kriegen moderne Versionen haben damit natürlich kein Problem hier haben Sie mal ein ja das könnte man sagen ist ein Gigabit Ethernet und Sie sehen das hat dasselbe BDP wie ein typisches DSL und das ist auch klar dass es das hat weil die höhere Datenrate sorgt dafür dass sich das BDP erhöht aber ich habe ja wieder die kleinere Roundtrip Time von einer Millisekunde die ja bei Ethernet bei einem lokalen Netz selbstverständlich sein sollte und dadurch haben Sie natürlich hier wieder eine Verringerung also gleicht sich das aus also das ist sozusagen das Umkehrbeispiel von so einem DSL wo Sie eine relativ hohe Roundtrip Time dafür aber eine kleinere Datenrate haben naja wenn man jetzt höher geht wenn man sagt wir schauen uns mal 100 Gigabit Ethernet an dann haben wir natürlich auch ein entsprechend höheres BDP und wenn wir jetzt so ein Forschungsnetz uns anschauen das ist so ähnlich wie die wie die Unterseekabelbeispiele die ich vorher hatte naja dann habe ich beides dann habe ich eine hohe Datenrate kombiniert mit einem mit einer hohen Roundtrip Time oder einer hohen Verzögerung und dann lande ich natürlich auch entsprechend bei einem hohen Bandbreite Delay Produkt ich möchte hier nochmal erwähnen dass das eine Konvention ist ob man mit der Roundtrip Time oder mit einem unidirektionalen Delay also mit einer Verzögerung in eine Richtung rechnet letzteres ist ein bisschen genauer weil es natürlich bei DSL zum Beispiel gibt es diese Asymmetrie also die Roundtrip Time im Uplink ist nicht notwendigerweise gleich zur Roundtrip Time im Downlink auch beim Mobilfunk gibt es das diesen Unterschied klammert man aus indem man mit der Roundtrip Time rechnet weil da ist es mir egal da habe ich ja beide Richtungen drin und in der ursprünglichen Rechnung die ich Ihnen gegeben habe macht man das nicht da würde man nur mit einem Delay rechnen letzten Endes solange man angibt was man tut kann man beides verwenden Sie sollten dann immer nur sagen rechnen Sie jetzt mit der Roundtrip Time oder rechnen Sie mit dem Delay gut damit habe ich das BDP erklärt als wesentlichen Klassifizierungsfaktor für Netze und auch als wesentlichen Faktor hinter der Wahl und hinter der Optimierung bestimmter Parameter also zum Beispiel bei RQ dem Sendefenster aber auch bei der Codierrate und die Frage des Sendefensters werden wir uns natürlich bei TCP dann nochmal stellen das heißt Mechanismen die Sie hier schon kennengelernt haben spielen bei TCP dann eben teilweise nochmal eine Rolle ich fasse das Kapitel des Link Layers zusammen das ist also die Zusammenfassung vom Layer 2.1 wenn Sie so wollen und wir haben kennengelernt dass das Link Layer Framing sicherstellt also Rahmen bildet mit Hilfe zum Beispiel von Markierungen und ab dann also nach der Bildung eines Rahmens sind wir auf Paketebene dann haben wir die Vorwärtsfehlerkontrolle besprochen das gliederte sich in die Korrektur von Fehlern durch Codierung auf die haben wir nicht im Detail besprochen aber dafür habe ich Ihnen anhand dieses zweidimensionalen Parities ein Beispiel gegeben wie das funktionieren kann dass man zum Beispiel bei der Korrektur von Fehlern Fehler eben auch lokalisieren muss wenn man das nicht kann weil zum Beispiel das zu viel Redundanz bedeuten würde Redundanz klaut ja Datenrate dann korrigiere ich die Fehler nicht sondern erkenne sie nur und dafür haben wir ein mächtiges Verfahren kennengelernt die CAC das war die Verallgemeinerung der Parität also auch ein Prüfsummenverfahren was eben mit beliebigen Zahlen die als Polynome dargestellt werden arbeitet ja da haben wir ein bisschen mehr gerechnet wir haben eben auch gesehen dass die CAC in vielen Systemen bei der Datenspeicherung und Datenübertragung eine Rolle spielt insbesondere auch bei Ethernet so dann haben wir basierend auf der Fehlererkennung die Rückwärtsfehlerkorrektur kennengelernt in Form von ARQ-Protokollen wir haben unsere eigenen ARQ-Protokolle designt und haben eben gesehen dass man Flusskontrolle da kostengünstig mitbekommt das sind immer noch zwei verschiedene Funktionen aber man kann die gut in einem ARQ-Protokoll gemeinsam abbilden was wir nicht diskutiert haben waren Techniken zum Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau das werden wir bei TCP machen TCP baut Verbindungen auf und ab ältere Standards die sozusagen Mitbewerber von Ethernet waren sich inzwischen aber nicht weiter am Markt behauptet haben wie ATM die haben den Verbindungsaufbau gemacht den habe ich hier aber nicht mehr diskutiert Ethernet macht das nicht gut MAC kommt im nächsten Kapitel Medium Access Control also das Aufteilen der Kanalressourcen auf verschiedene Nutzer das werden wir dann im Layer 2.2 sozusagen diskutieren und zusammenfassend könnte ich sagen das Link Layer beschäftigt sich primär da damit Fehler zu vermeiden ja oder mit Fehlern die es nicht vermeiden kann umzugehen Fehler können entstehen durch Synchronisationsprobleme zum Beispiel wenn die Framesynchronisation nicht funktioniert also wenn der der Anfang eines Frames zum Beispiel nicht korrekt erkannt wird dann ist natürlich der ganze Frame verloren und muss wiederholt werden es gibt Fehler natürlich in Übertragung aufgrund von schlechter Empfangsleistung aufgrund von Übersprechen in Leitungen das sind alles Fehler die eben das Link Layer nicht mehr an höhere Schichten weitergeben soll also ab Schicht 2.2 will man sich darum nicht mehr kümmern und erst recht nicht ab Schicht 3 da hat man ja dann auch kaum noch eine vernünftige Fehlerkorrektur implementiert es geht also im Link Layer darum Fehler zu erkennen oder direkt durch Vorwärtsfehlerkorrektur zu korrigieren und wenn das nicht möglich ist sie dann durch Wiederholung also durch Rückwärtsfehlerkorrektur zum Beispiel mit einem ARQ-Protokoll zu korrigieren Flusskontrolle das hatte ich schon gesagt ist oft integriert mit der Rückwärtsfehlerkorrektur das ist ein typisches Verfahren das werden wir auch bei TCP wiedersehen hier gebe ich Ihnen noch ein bisschen Literatur zum Link Layer das ist im Stallings sehr gut erklärt das ist ja eins der beiden Bücher auf denen ich diese Vorlesung aufgebaut habe hier ist das Paper was wir kurz besprochen hatten vom Erfinder der CAC das ist ein sehr gut lesbares Paper das erklärt auch anhand von einfachen Potenzregeln warum zum Beispiel diese CAC Restfehlerrate sich an bestimmten Sonderfällen so ein bisschen eigenartig verhält das können Sie da gerne nochmal nachlesen wenn Sie das interessiert hier ist auch ein nettes Tutorial zu CACs der geht auch in die Details was die Algorithmen angeht die Korrigierkugelinterpretation anhand derer ich Ihnen die Hemmingendistanz erklärt habe die ist hier ganz gut nochmal zusätzlich erklärt zur Vertiefung und das war die Quelle zum Beispiel für die Unterseekabel da finden Sie auch ganz interessante Beispiele was zum Beispiel mit der Roundtrip-Time und der Datenrate passiert wenn Unterseekabel mal kaputt gehen oder wenn die gewartet werden soweit zur Schicht 2.1 und als nächstes geht es mit dem Medium Access Control in Schicht 2.2 weiter und als nächstes geht es mit dem Medium Access Control in Schicht 2.2 und als nächstes geht es mit dem Medium Access Control